Hallo zusammen, ich bin Yannis. Ich bin im Synchronstudio gerade, weil es gibt einen neuen Pixar-Film. Elemental heißt er. Und ich darf einen der Charaktere sprechen, nämlich Wade, ein Wassertypen. Es geht darum, dass Wasser und Feuer sich ineinander verlieben. Und Feuer wird gesprochen von Emilia Schüle. Hallo, ich bin Emilia Schüle. Und jetzt gleich treffe ich auf den Yannis. Da ist er. Oberpünktlich, wa? Wir lesen jetzt, oder? Wir lesen jetzt ein bisschen. Das bist nicht du, aber du spielst sie, Ember. Aber die Ember hat schon sehr viel mit mir zu tun auch. Das kann man so sagen. Ja. Ja, regt sich wahnsinnig gut über Dinge. Also, aber nein, das können wir alles rauschreiben. Er ist nicht frech heute. Genau. Und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen, oder? Ich glaube, es wird gut. Machen wir das jetzt wirklich in einem durch, oder wie? Wow. Irgendwie bin ich nicht so richtig im Fluss. Alter. Durch das Rohr bin ich völlig außer Form. Viel besser. Freundchen, los machen Abfluss. Das Chaos muss weg sein, bevor mein Papps sieht. Uh, also ich, ich muss dir leider einen Strafzettel ausstellen. Mein Vater hat es wieder aufgebaut. Und dein Vater war das? Ja, mit seinen bloßen Händen. Er hat das alles selber gemacht. Ohne Genehmigung. Oh Gott, das ist mir einfach alles zu viel. Verflummt. Bleib stehen. Das kann man, glaube ich, eins zu eins. Habt ihr aufgenommen? Wir haben aufgenommen und legen das jetzt an. Das ist viel besser. Bitte nicht. Bitte nicht. There you go. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020